Das ist Ingo. Ingo ist Ingenieur, der seine Brötchen damit verdient, innovative Produkte, Werkzeuge und Anlagen zu entwickeln. Dummerweise hat er dafür nur etwa die Hälfte seiner Arbeitszeit zur Verfügung. Die andere Hälfte sucht er nach Bauteilen oder legt Komponenten manuell neu an. Er findet die Komponenten auch nicht im PLM-System oder seiner internen Datenbank. Das sind pro Ingenieur und Woche ganze 18 Stunden verschwenderter Arbeitszeit. Bei einem 25-köpfigen Team entspricht das 23.400 Stunden im Jahr. Mehrere Millionen Euro wandern so in die Tonne. Das muss doch auch besser gehen. Mit dem strategischen Teilemanagement Part Solutions hat Ingo leistungsstarke Suchfunktionen parat. Geometrische Ähnlichkeitssuche, Rohteilsuche, partielle Suche, Skizzensuche, Topologiesuche und noch viele mehr. Damit findet er in Sekunden passende Eigenteile, Kaufteile und Normteile für seine Konstruktion. Ihm stehen Engineering-Daten aus mehr als 700 herstellerzertifizierten Produktkatalogen zur Verfügung. Die Komponenten lassen sich nach seinen Bedürfnissen konfigurieren und als natives Modell direkt in sein CAD-System einfügen. Vorhandene Systeme können einfach angebunden werden. Das vermeidet doppelte Datenanlage und fördert die Teilewiederverwendung. Das selbe gilt auch für Millionenteile verschiedener Industriestandards. Mehrere Niederlassungen sind auch kein Problem mehr. Als zentrale Datenbank für Wiederholteilemanagement greifen alle Kollegen auf dieselben Multi-CAD-Engineering-Daten zu. Jede Abteilung erhält die passenden Zugriffsrechte. Diese können auch gezielt für einzelne Projekte vergeben werden. Anstatt dass sich Einkauf und Engineering in den Haaren haben, arbeiten sie eng zusammen und schließen so endlich den Graben zwischen den Abteilungen. Ingo hat jetzt seine produktive Arbeitszeit nahezu verdoppelt und mehr Freiraum für Kreativität. Und das Beste? Seine Konstruktionen profitieren gleichzeitig von einer niedrigeren Fehlerquote. Die Konstruktionsprozesse sind jetzt optimiert und bilden das Fundament für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit. Das Unternehmen profitiert von höheren Gewinnen und Ingo, er ist der gefeierte Held. Starten Sie durch wie Ingo und verleihen Sie Ihrem Unternehmen und Ihrer Karriere Auftrieb. Infos zu den umfangreichen Möglichkeiten mit PART Solutions online unter www.cadenas.de strategisches-Teilemanagement oder im kostenfreien Beratungsgespräch mit unseren Experten.